Peace Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video, oder ein langersehntes Gaming Video mal wieder von mir. Lang ist es her, als es geschehen ist, das brach mir mein Herz. Ich fang jetzt einfach an. Easy Medium. Dafür konnte ich ne Mlocked. Was? Ich bin Anfänger. Oh, ich hab ne Fotokamera. Nice, erstmal Highlight fotografieren, bin ein großer Fan. Oh! So, macht mein Foto, geht die Tür auf. Ich lauf zu Hause auch in der Dunkelheit immer mit ner Fotokamera rum. Hätte ich mich hier schrecken sollen? Ich hab mich nicht mal erschrocken. Handy. Warte, jetzt auf einmal das Messer her. Gibt es wie n... Ich hab ein Messer. Ich schmiede ein Br... Es ist Blut. Äh. Okay, keine Ahnung, wie das geht. Ich brauch einen Code. Ich würde auch, ich kann hier rein, da ist Blut. Müll, Anna. Too sexy! Warum nehm ich mir einfach nicht das Fahrrad? Wie, du brauchst das nicht? Natürlich brauchst du das in dem Sals zu dem hier. Toll. Riesiger Pimmel. Da ist doch die Kirche, kann ich da rein? Oder warum klingelt die Glocke? Ah, es ist Halloween. Jetzt verstehe ich es. Das ist alles ein böser Streich. Hallo? Muss ich hier um die Ecke gehen? Oh, guck mal, da liegt was auf dem Boden. Apfel. Das ist eindeutig Werbung für Apple. Ich hab ein Apple gewonnen. Das ist ein iPhone, aber kein normales iPhone. Das ist ein iPhone, äh, 45. Oh, guck mal, hier liegt noch ein Papier. So. Jill Username. Jill Username. Mein Bruder heißt Jill. Aber nur mit ein L und nicht mit J, mit G. Würde ich ein Eichenchen sein, würde ich draufklettern und dann in das Fenster rein. Dann wäre eine nackte Frau am Duschen und ich wäre dann das perverse Schwein. Ach nee, komm schon. Hast du dich gerade gemault? Wirklich bei dieser einen Stufe? Warum nimmt er diese komischen leuchtenden Papierchen da, aber sowas guckt er sich erst gar nicht an? Du denkst dich... Na nö, ist es langweilig. 9 0 8 4. Es gibt keine 0. Ein Hakenkreuz. Lauf. Das ist auch eine schöne Garage. Wenn ich meine Garage habe und dann mein Auto parke, dann mache ich... Die Garagentüren sehen bei mir dann genauso aus. Wisst ihr, ich laufe jetzt bestimmt hier schon 20 Minuten durch die Gegend, aber das Beste am Spiel finde ich immer noch, dass ich nackt spiele. Obenrum habe ich was an und untenrum bommelt meine Eichel rum. Coca Cola, Schleifwerbung... Könnte ich hier ran? Oh, ich geh ins Internet. Username, wie war das nochmal? Jill... Als username, Passwort... Doppel-P oder Doppel-Appel-4-5 war das glaube ich Jill in der Weihnachtsbäckerei kocht der Bäcker meinen Ei Jill ja hatte ich doch oder soll ich jetzt Jill Username schreiben das weiß ich jetzt gar nicht vielleicht so wie ist hier Username Jill Username 5776 1 5776 1 ich darf das nicht vergessen 5776 1 5776 1 5776 1 5776 1 so 5776 war da nicht auch eine 1 so jetzt Rainer warum wollte ich da jetzt genau rein war eine SMS ich dachte ich hatte keinen Akku guckt guckt nach rechts der steht da und wartet bis ich vorbeikomme die ganze Zeit damit er auf senden klicken kann weil da kommt der erste die erste Missgeburt es ist ja nehmt den Hammer das war nicht mal ich den Hammer genommen hab oh der will mir zeigen wo der Hammer hängt das war Notwehr und da soll ich jetzt ja der ist aus der Puste da war bestimmt Joggen ich hab voll die Skills ey ich hab voll die Skills ey Untertitelung des ZDF, 2020